Gerade deshalb ist es so wichtig, darauf zu beharren, dass Terroranschläge transparent aufgeklärt werden. Da gibt es große Lücken. Auch das erleben wir gerade wieder. Einen Tag nach den Pariser Anschlägen wurde behauptet, man kenne die Täter und inzwischen fragt kaum noch jemand nach einer detaillierten, sauberen Aufklärung mit Fakten, Indizien, überprüfbaren Beweisen und transparentem Strafprozess. Alles scheint längst geklärt, die Attentäter sind tot oder verschwunden, die Entsendung von Militär als Antwort nur noch Formsache. Dabei sind auch bei diesem Terroranschlag viele Fragen offen. Vor kurzem wiesen sie auf ein interessantes Muster hin, das diesbezüglich in letzter Zeit zu beobachten gewesen sei und von dem der normale Mediennutzer sicher noch nie etwas gehört haben wird. Jemand, der sich intensiv und über die Jahre hinweg mit 9-11 befasst hat, der sieht jeden neuen Anschlag mit sehr kritischen Augen. Man achtet auf Dinge, die anderen vielleicht nicht gleich auffallen. Ich wurde zum Beispiel hellhörig, als nach den Pariser Anschlägen gemeldet wurde, dass am selben Tag auch eine Notfallübung stattgefunden hätte, deren Szenario dem ähnelte, was nur wenige Stunden später dann real geschah. Ich musste an die Londoner Anschläge von 2005 denken, wo es ebenfalls am gleichen Tag eine Übung mit einem Szenario gegeben hatte, das dem damaligen Anschlag bis ins Detail glich. Und auch die Luftabwehrübungen am Morgen von 9-11, bei denen eine Flugzeugentführung geprobt wurde, hatte ich in Erinnerung. Diese Informationen verknüpfte ich zu einem Artikel im Magazin Telepolis, um zunächst einmal ein Bewusstsein für diese seltsamen Koinzidenzen zu schaffen, ohne selbst gleich schon eine Erklärung dafür anbieten zu können. Und dann weitete sich das aus. Es meldeten sich Leser direkt im Kommentarbereich unter dem Artikel, aber auch persönlich per E-Mail und wiesen auf weitere Anschläge hin, bei denen dieses Muster offenbar ebenfalls zu beobachten war. Boston 2013, Madrid 2004 Einer schrieb aus Norwegen und berichtete, auch dem Breivik-Massenmord 2011 sei eine ähnliche Übung am gleichen Tag vorausgegangen. Ich überprüfte diese Informationen. Die Quellen waren Berichte in der norwegischen Tageszeit Aftenposten und im amerikanischen Boston Globe und fügte alles zu einem zweiten Artikel zusammen. Daraufhin gab es erneut hunderte von Kommentaren. Auf Facebook teilten insgesamt gut 10.000 Menschen die beiden Texte. Diese Dimension ist neu. Viele Menschen sind hellwach, möchten sich allseitig informieren und nicht für dumm verkaufen lassen. Wie meinen Sie das? Vielen fällt langsam ein bestimmtes Schema auf. Immer wenn ein großer Anschlag verübt wird, heißt es zuerst, die Sicherheitsbehörden seien vollkommen überrascht worden. Schon 24 Stunden später kennt man dann aber angeblich genau die Täter. Die präsentierte Lösung ist auch immer dieselbe. Noch mehr Krieg im Ausland. Und häufig wurde am Tattag ein ähnliches Szenario geübt. Ein bisschen viel Zufall für manchen Beobachter. Leute, die auf so etwas hinweisen, werden üblicherweise ja als Verschwörungstheoretiker diffamiert und aus dem Diskurs ausgegrenzt. Irgendwie schafft es eine solche Analyse, egal wie glaubwürdig belegt oder fundiert, allerdings kaum je in den breiten Mediendiskurs. Stimmt. In den großen Medien werden solche Zusammenhänge kaum debattiert, sondern von vornherein als Unsinn abgesondert. Auch darüber sollte einmal geredet werden. Die spannende Frage ist für mich, nach welchen Kriterien unterschieden wird. Was macht eine Überlegung zu einer Verschwörungstheorie? Wer legt das fest und nach welchen Prinzipien? Auf diese Frage bekommt man von denen, die den Begriff benutzen, selten eine klare Antwort. Es ist ein Totschlag-Argument ohne konsistente und logische Definition. De facto wird das Etikett immer dann vergeben, wenn es um vermutete geheime Absprachen von Menschen geht, die in der eigenen Gesellschaft, also nicht bei Feinden, hohe Machtpositionen bekleiden. Wer Verschwörungstheorie in abwertendem Sinn sagt, der meint im Grunde, bei uns gibt es keine Verschwörungen mächtiger zum Schaden der Allgemeinheit. Auffällig ist, wie pauschal der Begriff verwendet wird. Um das einmal klar zu sagen, zu 9-11 kursieren ohne Frage viele verrückte und absurde Theorien. Als Verschwörungstheorien gelten aber nicht bloß diese fünf oder vielleicht auch zehn abseitigen Behauptungen, sondern vielmehr alle Interpretationen, die von der amtlichen Story abweichen. Das ist völlig indifferent und vom Denken her im Grunde totalitär. Leider ist das vielen immer noch nicht klar. Warum sind Fragen zu Terror denn derart tabu? Auch das spricht ja nicht gerade für Offenheit und Ausgewogenheit unserer Medien, oder irre ich mich? Es geht ja auch um viel. Das Thema behandelt Macht auf einer sehr hohen Ebene. Dagegen sind die Affären, die uns sonst so beschäftigen, vom VW-Abgasskandal bis zur FIFA-Korruption eher belanglos. Hier geht es an die Grundlagen der Politik. Jeder, der am heiligen Gral Terrorismus rührt und ihn mit Staatsterrorismus verknüpft, der stellt die Substanz in Frage. Darum die ständige Ausgrenzung solcher Debatten. Im Grunde ist das Schweigen zwingend. Wie sollte es denn auch weitergehen, wenn wirklich einmal offen bei Anne Will oder Frank Glasberg über 9-11 oder das Wissen um die Verstrickungen von Geheimdiensten in so manches Attentat geredet werden würde? Was sollte daraus folgen? Da tut sich ein Abgrund auf. Und alle spüren das, auch wenn keiner in den Leitmedien darüber redet. Ich habe das in verschiedenen persönlichen Gesprächen mit Journalisten bemerkt. Elmar Tefesson etwa, der Terrorexperte vom ZDF, hielt sich zum Thema 9-11 mir gegenüber sehr bedeckt, obwohl er selbst 2011 ein Buch dazu verfasst hat. Als ich einzelne Punkte mit ihm diskutieren wollte, wurde es schnell still am anderen Ende. Und Jochen Bittner von der ZEIT meinte mir gegenüber, alternative Sichtweisen zu 9-11 wolle man lieber nicht drucken, weil das die Leser verunsichern könne. Das ist kein Scherz. So denken führende Leute in den Redaktionen. Daher bleibt man lieber auf vermeintlich sicherem Boden und redet von Verschwörungstheorien. Das ist bequem, weil man sich dann mit den Fakten gar nicht erst auseinanderzusetzen braucht. Außerdem machen es ja alle so und man fällt da nicht auf. Das ganze Thema ist sehr stark angstbesetzt, so mein Eindruck. Was wünschen Sie sich diesbezüglich denn von Medien und der Zivilgesellschaft? Wo lang führte der Ihrer Einschätzung nach richtige Weg hin zu mehr Offenheit und Pluralität in den Medien und bei der öffentlichen Meinungsbildung? Am Ende geht es um die Frage, wie viel Freiheit in unserer Gesellschaft real existiert. Wie frei sind wir, wenn einige heiße Eisen tabuisiert werden, weil alle Angst vor den Folgen haben? Das ist ja auch der große Punkt bei der ganzen Snowden-Affäre. Snowden hat gezeigt, was hinter den schönen Worten von der offenen Gesellschaft steht. Und niemand in Europa hat nun die Souveränität, diesem Mann Asyl zu gewähren. Was sagt uns das eigentlich über unsere Situation heute? Wenn es wirklich eine offene Gesellschaft geben soll, dann muss sie sich beweisen, gerade in solchen Fragen. Wir brauchen mehr Ehrlichkeit und weniger Angst. Paul Schreier ist freier Journalist, unter anderem für das Magazin Telepolis. Zu seinem 2013 erschienenen Buch Faktencheck 9-11 meinte Dr. Dieter Deiseroth, Richter am Bundesverwaltungsgericht, Zitat Gehört zum Besten, was man an kritischen Analysen zu diesem Thema auf dem deutschen Buchmarkt finden kann. Zitat Ende. Sein letztes Buch, Wir sind die Guten, Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie uns die Medien manipulieren mit Matthias Bröckers wurde ein Spiegel-Bestseller. Weitere Veröffentlichungen von Jens Wernicke finden Sie auf seiner Homepage jenswernicke.de Dort können Sie auch eine automatische E-Mail-Benachrichtigung über neue Texte erhalten. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Wir freuen uns über jede Hilfe. Horn aus dem Band du mildy gut durch die Nachdenkse